Dann die 67. Minute. Breczko setzt Nowakowicz in Szene, der steht plötzlich frei vor Adler und bleibt eiskalt. Das 1 zu 0 für Köln. Nowakowicz mit seinem 15. Saisontreffer und der überraschenden Führung für den FC. Er lässt René Adler keine Abwehrmöglichkeit. Dann ist Schluss. Köln holt drei ganz wichtige Punkte gegen den Abstieg. Köln! 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 Köln